Jede Menge spannende Neuheiten. Wir haben knapp 50 dabei, die mal im Schnelldurchflug euch vorstellen wollen, weil wir sie besonders spannend finden oder glauben, dass sie für euch besonders spannend sind. Und von jedem von uns gibt es nochmal eine Top 5, wo wir sagen, da freuen wir uns am meisten drauf. Ab geht's! Ja, wir waren letzte Woche in Nürnberg. Jeder für einen Tag. Leider haben wir uns nicht gesehen. Ich war am Dienstag da am ersten Tag, du am zweiten am Mittwoch. Da konnte ich dann leider nicht mehr. Aber ich glaube, ein Tag hat auch gut gereicht, um einiges schon zu sehen. Denn wir haben mal die wichtigsten Sachen aufgeschrieben und noch ein bisschen nachrecherchiert, was kommt denn noch so alles im ersten Halbjahr diesen Jahres? Und haben euch eine schöne Liste zusammengepackt mit hoffentlich vielen Informationen. Christoph, was hat dich denn so alles angesprochen auf der Messe? Oh ja, da war viel Schönes dabei. Vielleicht die Frage vorweg, auf was freut ihr euch am meisten? Haut das gerne in die Kommentare. Weil ich habe das Gefühl, ich habe zwar schon viel gesehen, aber es gibt noch viel mehr, was an mir vorbeigegangen ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich verpasse noch irgendwas. Worauf ich mich aber auf jeden Fall sehr freue, ist Mistwind. Auf Deutsch Nebelwind. Sieht erstmal vom Cover schon super süß aus. Es ist halt wieder so ein Netzwerkbauspiel. Ein bisschen Walker Placement drin, Handmanagement. Pickup Delivery ist auch als Mechanik drin. Ist ja etwas, was ich finde nicht immer so gut funktionieren kann. Aber hier bin ich sehr gespannt drauf, weil nämlich auch der Sven das schon ausprobiert hat und meinte, wow, das war eines der besten Spielerfahrungen des Jahres. Deswegen bin ich sehr neugierig. Und die Transportschiffe sind fliegende Wale. Was gibt es denn da Cooleres? Ja, Wale scheint ein großes Thema zu sein. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber kurz vorher vielleicht Jerusalem Anno Domine. Das ist ja ein Spiel von Devir. Es bringt jetzt Stroman Games bei uns auf Deutsch raus. Wird also lokalisiert in den nächsten Wochen. Ich habe das letztes Jahr schon spielen können, habe auch schon mal drüber geredet und gespielt. Das Spiel ist ein komplexes Strategiespiel mit einem sehr interessanten Thema. Nämlich geht es ums letzte Abendmahl. Und wir versuchen da auch mit am Start zu sein und unsere Leute irgendwie unterzukriegen mit zahlreichen anderen Mechanismen. Ich bin da mal sehr gespannt. Mir hat das Spiel gefallen. Aber es ist natürlich schon sehr speziell. Also auch gerade vom Thematischen. Und bin wirklich gespannt, wie das hier ankommen wird. Ich habe noch ein kleines Spiel drauf gesetzt. Für dich. Das heißt Stichwahl. Was meinst du für ein Art Spiel? Ist das wohl? Das könnte ein Stichspiel sein. Ja. Und man hat die Wahl dabei. Thema natürlich auch süß mit Wahlen. Und es ist wirklich so, also es ist eine Stichbildvariante. Ist jetzt eigentlich nicht meins, aber sehr schön illustriert. Und es hat halt wieder auch einen besonderen Kniff. Ich glaube, so wie ich es richtig verstanden habe, der den Stich gewinnt, wählt aus den abgelegten Karten eine aus. Die werden zu punkten. Und der, die gespielt hat, kriegt dann irgendwie einen Bonuseffekt dadurch, was wohl auch auf der Karte ist. Also ist was Besonderes dabei. Deswegen macht man ein Stichspiel, wo man auch die Wahl hat. Und witzig finde ich auch den englischen Titel, Moby Trick, also Trick-Taking. Das ist ja der englische Begriff dafür. Ja, man braucht mehr Spiele mit Wortwitzen. Ich stehe ja total auf Wortspiele. Das klingt mir fast ein bisschen übers Knie gebrochen. Aber wenn es thematisch das auch hält, dann schaue ich mir das auch an. Ich habe nochmal eine Lokalisierung entdeckt. Und zwar Art Society kommt auch auf Deutsch raus. Heißt dann bei uns Galerie der Künste. Kommt bei Huch. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist eine Mischung aus Aktionsspiel und Plättchen einpuzzeln. Also wir machen auf unserem eigenen Tableau so eine kleine Galerie und wollen da eben halt Bilder ersteigern und dann einbauen. Und da gibt es halt Punkte, je nachdem, wie man die da anordnet. Mit einem, finde ich, sehr, sehr coolen Auktionsmechanismus und auch Versungsmechanismus. Also mir hat das gut gefallen. Ich finde es optisch auch sehr ansprechend. Da ist halt sehr viel Kunst dabei, aber auch so ein bisschen verfremdet. Also man sieht so die Anspielungen auf verschiedene Kunstwerke. Und es wundert mich nicht, dass sich das jetzt auch ein deutscher Verlag geschnappt hat. Weil ich glaube, das wird hier auch gut laufen. Als wir ankamen, also ich muss sagen, ich habe so eine Tagestour gemacht. Wir sind morgens mit dem Zug. Ich bin vier Uhr aufgestanden, fünf Uhr irgendwas mit dem Zug los. Und als wir da reingekommen sind, so erster Stand, Schmidtspiele, schön aufgebaut, so ein Pitchtisch, stand auch direkt jemand bei Quacksalber, das Duell. Und ich frage dann so direkt, was ist denn das Besondere an dem Spiel jetzt zu Quacksalber von Quedlinburg? Und der so, man spielt es zu zweit. Ich so, ja, mega. Okay, hat den Rest auch noch erklärt. Und so am Ende des Tages dachte ich mir, Alter, ich habe heute so viele Spiele gesehen. Ich habe keine Ahnung, was irgendwo hängen geblieben ist. Ich wusste aber noch, ah ja, Quacksalber spielt man zu zweit. Also das Einzige, was ich dazu sagen kann. Aber klar, Quacksalber von Quedlinburg, ein ziemlich geniales Spiel. Wenn es da eine Duell-Variante von gibt, die muss man sich anschauen. Das ist ja lustig. Wir waren auch alle erst beim Schmidtsstand, weil der halt irgendwie am Eingang gleich ist in der oberen Halle. Und Sven hat genau das Gleiche gefragt. Mit dem bin ich nämlich hingefahren und meinte, ja, was ist das Besondere an dem? Und dann war eben da nicht die Antwort, man spielt es zu zweit, sondern es ist noch konfrontativer. Und mehr war in dem Pitch dann gar nicht drin. Aber ich finde, das Material sieht wieder süß aus. Ich würde es auf alle Fälle auschecken, weil ich mag das Original Quacksalber ganz gerne. Warum wir eigentlich da waren? Wir haben uns gleich mit Jens Merkel verabredet. Der hat im Auto noch geschrieben, dass er in der Früh am Schmidtsstand ist und ob er uns sein Neuespiel nicht gleich selber zeigen kann, weil er da eh da ist. Und dann haben wir gemeint, ja gut, das nehmen wir doch gleich mit. Und zwar heißt es, geht noch was. Ist ein Push-Your-Luck-Spiel aus dieser kleinen Schachtel-Reihe. Also das wird auch nicht so viel kosten. Und da geht es darum, dass wir so Pokerchips bei uns anlegen. Da sind Bedingungen drauf, die wir erwürfeln müssen. Und dann wird gewürfelt, also immer alle zusammen, schauen auf dieses Ergebnis, gucken, was sie da matchen können. Und da muss man halt gucken, wann man aussteigt, das auch nicht überreizt. Und am Ende kann man eben halt diese Pokerchips entweder nach rechts schieben zum Werten oder man schiebt sie weiter hoch, um dann später noch mehr Punkte zu haben. Also es ist so ein Push-Your-Luck-Spiel auf mehreren Ebenen, wo man also quasi in verschiedenen Bereichen sein Glück ausreißen kann. Das hat ehrlich gesagt ganz Spaß gemacht. Was sehr lustig war, wir waren da am Stand gestanden und dann guckt irgendwie der Jens irgendwie so plötzlich auf meine linke Schulter und meint so, ja Sven, wie schaut's aus? Bist du auch interessiert? Und er war gerade noch irgendwie am Telefon. Ja, ja, doch, interessiert mich auch. Und dann erzählt er die nächste Regel und dann schaut er auf die andere Seite zu mir und meint so, Mutter Beimer, auch interessiert? Und ich lach noch so und schau so rüber. Und dann steht da Marie-Louise Marian tatsächlich und hat sich das auch angeschaut. Die hat aber dann nicht mitgespielt, das heißt, die hat nur zugeguckt. Aber das fand ich irgendwie auch lustig. Ich glaub, die war irgendwie da, weil Mensch, ärgere dich nicht, irgendwie ein Jubiläum feiert. Da hat sie irgendwie was präsentiert oder so. Aber das ging dann irgendwie schon gut los, weil ich dachte ja, okay, das sind Leute, die trifft man jetzt halt nicht so normalerweise, aber auf der Spielwarenmesse. Witzig. Ich hab noch bei Schmidt Spiele Tell Me More entdeckt. Und da lese ich mal kurz vor, was sie selber dazu sagen. Tell Me More ist ein kreatives Erzählspiel, in dem ihr gemeinsam eine vorgegebene alltägliche, fantastische oder auch total verrückte Situation im Detail ausschmückt. Lasst eure Fantasie freien Lauf, aber orientiert euch an den Schlüsselwörtern, denn nach zwei Minuten werden hierzu Fragen gestellt. Nun gilt es, als eine Gruppe die gleiche Antwort zu geben, allerdings ohne vorherige Absprache. Ja, versucht gemeinsam eine gute Antwort zu finden, noch bevor ihr die Frage kennt. Klingt nach einem kreativen, spontanen, witzigen Spiel, wo man sich ein bisschen was ausdenkt und dann im richtigen Moment wahrscheinlich irgendeinen Quatsch macht und lacht. Fand ich cool. Dann hoffe ich, dass es auch was zu lachen gibt. Ich habe Next Station Paris gesehen. Das kommt bei HCM Kinzel, wie die beiden Vorgänger auch. Also Next Station London und Next Station Tokio. Ich wusste das jetzt schon seit dem letzten Essen, dass das kommen wird und auch, dass es eine einfachere Version wird. Also während Tokio so ein bisschen komplexer war, wird Paris jetzt ein bisschen zurückschrauben und das soll noch einsteigerfreundlicher werden. Ich werde mir das auf alle Fälle angucken. Ich weiß nicht, ob es dann mein Favorit wird, weil ich finde die anderen beiden vom Komplexitätsgrad eigentlich genau richtig. Aber wenn auch irgendwie mechanisch noch ein bisschen was anderes gemacht wird, ich glaube, diesmal geht es irgendwie auch um Brücken und so, das ist sicherlich irgendwie ein gutes Ding. Wer mich beim Broadcast gehört hat, da war ich zu Gast und da habe ich über zehn Spiele geredet, die mich geprägt haben, gerade vor der Kanalzeit. Und da war gefühlt ein Drittel war alles Star Wars, irgendwelche Card Games. Und da ist natürlich offensichtlich, dass wenn demnächst Star Wars Unlimited rauskommt, das nächste TCG im Star Wars Universum, ich da natürlich interessiert bin. Ich habe es auf der Messe schon spielen können, hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt eine Browser-Variante, die man gerade spielen kann, gegen eine KI mit beliebigen Decks. Habe ich auch schon ein paar Partien gespielt. Und ja, ich bin interessiert. Ich bin nicht so der Fan von diesem TCG-Modell, wo man Booster kauft und ein bisschen viel Glück dabei ist. Aber es ist ein gutes System und es ist Star Wars drauf. Also wird auf jeden Fall ein bisschen gespielt. Ich habe es in Nürnberg auch mir zeigen lassen und durfte auch einen Booster aufmachen. Musste die Karten aber sofort wieder zurückgeben. Alles streng unter Verschluss. Und habe mir mal erklären lassen, wie das Spiel funktioniert. Ich finde es auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich so Feuer fangen werde. Aber angucken werde ich es mir allein wegen der Star Wars Lizenz schon. Was ich tatsächlich interessanter fand, ist Altered. Das ist ja aktuell auf Kickstarter und ich habe das erstmal ignoriert, weil ich dachte, oh Gott, noch ein TCG und so. Das hatten die aber im Asmo-Stand da auch. Und dann habe ich mir das halt auch mal angeguckt und mich ein bisschen auch darüber informiert und muss sagen, es reizt mich schon. Also es hat drei Sachen, die ich interessant finde. Zum einen ist es mal wieder eine neue Fantasy-Welt. Also irgendwas, was man halt noch nicht kennt, wo man natürlich auch irgendwie viel Fantasie irgendwie dann da reinbringen kann. Zum Zweiten finde ich es mechanisch interessant, weil es geht, es ist auch ein Zwei-Personen-Spiel, aber es geht nicht darum, dass man deinen Gegner einfach nur so runterkloppt und die Lebenspunkte irgendwie raushaut. Sondern es ist eine Art Wettrennen. Also du hast zwei Bereiche bei dir auf dem Spielfeld, links und rechts. Und in der Mitte zwischen den beiden Spielern ist so eine Art Straße, so ein Weg. Und zwei Marker, einmal dein Held auf der linken Seite und dein Kompagnon oder so auf der rechten Seite. Und du willst die quasi durch Karten ausspielen in zwei verschiedenen Ebenen, willst du die aufeinander zubewegen. Und wer die zuerst halt zum Treffen gebracht hat, der gewinnt das Spiel. Also es funktioniert ein bisschen anders, das finde ich schon mal reizvoll. Und das Modell, wie sie es vermarkten wollen, fand ich auch ganz spannend. Das ist halt auch quasi klassisches TCG mit Booster-Packs und so weiter. Aber wenn du eine Karte gezogen hast, ist auf jeder Karte so ein QR-Code. Dann scannst du das ein und hast eine digitale Kopie davon. Und dann kannst du unter anderem dir einfach auch weitere Karten von der Art weiter nachordern. Das heißt, du musst irgendwelche seltenen Karten nicht mehrmals irgendwie finden im Booster-Pack, sondern reicht einmal. Und dann kannst du dir einfach halt noch fünf Kopien schicken lassen für deine Decks. Und du kannst sie auch quasi digital so verkaufen. Und dann kann der Käufer sozusagen, hat dann das Recht dran und kann sich die Karten schicken lassen. Und du selber hast aber immer noch diese physische Karte. Die kannst du dann zwar nicht auf Turnieren verwenden und so, aber du hast sie halt trotzdem noch. Also ich glaube, es geht irgendwie ein bisschen darum, auch so diesen Sekundärmarkt so ein bisschen flach zu halten, dass da nicht die Preise so explodieren wie bei Locana. Und das finde ich ehrlich gesagt aus spielerischer Sicht interessant, weil ich bin jetzt auch nicht so der Sammler. Ich frage mich nur, ob das auch funktionieren wird, wenn dieser ganze Sekundärmarkt da so wegbricht. Also da bin ich einfach mal gespannt. Weiß ich, ob dich das interessiert? Ja, also ich war auch erst mal nicht so gehuckt, weil ja gut, noch ein TCG in der neuen Welt. Aber diese paar Konzepte, die versuchen ein bisschen was anderes zu machen, die klingen natürlich spannend. Ist jetzt keine so starke IP dahinter, deswegen werden sie es schwer haben, gerade zur aktuellen Zeit. Aber grundsätzlich mag ich es, da entgegenzukommen, dass sie entgegenkommen und man nicht halt jede Karte mehrmals in der Ausprägung braucht, sondern man sammelt quasi ein Set, hat damit automatisch ein Playset, kann dann auch die Karten in mehreren Decks drin haben, theoretisch. Das ist ja auch cool. Es sind erstmal ein paar spannende, interessante Aspekte dabei, wo ich sage, würde ich mal ausprobieren. Man kann es nämlich gerade auf Board Game Arena spielen und ich werde mich gleich nach der Aufnahme mal dransetzen und mal eine Partie zocken. Ich glaube, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist es leider schon vorbei. Das ist irgendwie was zeitexklusives, um den Kickstarter ein bisschen zu promoten. Dann würde ich sagen, bin ich dabei. Können wir dann gleich danach noch machen. Ich würde es auch gerne ausprobieren. Ich war auch am Locana-Stand kurz bei Ravensburger. Da gab es halt Set 3, das kommt jetzt auch ein paar Wochen raus. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Da hatten die auch Sachen irgendwie da unter irgendwelchen Glaskuppeln ausgestellt. Da sind halt das Orte mit dabei, also ein bisschen mechanisch noch mehr aufgebohrt. Wir haben auch ein paar Sachen schon gesehen, die erst noch in der Zukunft kommen, über die wir jetzt noch nicht wirklich sprechen dürfen. Aber ich finde es interessant, dass sie das auch weiterentwickeln mechanisch und dass sie auch trotzdem immer versuchen, die Einstiegshürde für Neulinge immer gering zu halten, auch in Zukunft noch. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Mein Highlight war allerdings Lissatan am Stand von Locana. Also wer ihn nicht kennt, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal zu Locana, den ich ziemlich cool finde. Und der stand da am Stand, ich glaube, die ganzen fünf Tage und hat quasi das Spiel vorgestellt. Und der hat von einem Mundwinkel zum anderen gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd. Der war quasi wie so ein Kind im Süßigkeitenladen und ist da voll aufgegangen in seiner Rolle. Das war irgendwie sehr lustig. So, was ich entdeckt habe bei MM-Spiele, die kennt man zum Beispiel von Knarr, auch ein cooles Game, Motor City. Und dahinter steckt ein Roll & Ride, ein bisschen anspruchsvoller, von den Machern, die auch Fleet the Dice Game und Three Sisters gemacht haben. Was ja auch coole Roll & Rides sind, die sehr beliebt sind. Und ich mag dieses Autofabrik-Thema, anspruchsvolles Roll & Ride. Deswegen hat es bei mir auf die Liste geschafft. Ja, der Verlag bringt auch Dracula vs. Van Helsing auf Deutsch raus. Nochmal eine Lokalisierung von Mandu Games. Auch das konnte ich schon spielen, da habe ich auch schon drüber berichtet in einem der Videos. Es ist so ein bisschen auch in der gleichen Welt wie Jekyll & Hyde. Also es geht auch darum, dass wir quasi in diesem Fall an fünf verschiedenen Orten uns immer überbieten mit Karten. Ist eigentlich ganz cool gemacht, ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Wir haben es tatsächlich zu viert gespielt, auch das hat gut funktioniert. Ich glaube, das wird auf alle Fälle sein Publikum finden, auch hier in Deutschland. Sehr spannend finde ich auch Rajas of the Ganges, Cards and Come Up. Bei hoch kommt das raus, also zu dem großen Spiel, eine Kartenspiel-Variante. Allein nur, weil natürlich Inka und Markus Brandt mit dem großen Ding schon ein ziemlich cooles Ding dahin gesetzt haben, muss man sich das Kartenspiel anschauen. Also so wie sich das anhört, mit doppelseitigen Karten, schönen Entscheidungszwang, den man da hat, ist das auf jeden Fall was ausprobiert wird. Ja, ausprobieren werde ich das auch, aber ich befürchte, es wird bei mir das große Rajas nicht ersetzen. Also das ist ja so ein Trend, dass zu einem noch ein Karten- und Würfelspiel kommt. Ich kann es auch verstehen, weil es erfolgreich ist und ein gutes Spiel ist. Ja, muss man mal schauen, ob irgendwie es noch so viel Neues bietet, dass man sagt, das braucht man auch unbedingt im Schrank. Was ich sehr spannend fand, war Monkey Palace. Das ist die erste Kooperation zwischen Asmodee und Lego. Das heißt, die bringen jetzt wohl dann eine Reihe von Spielen raus, wo Lego-Steine mit integriert sind. Bei Monkey Palace baut man dann irgendwie auf so einem gemeinsamen Spielfeld eben halt diesen Affenpalast aus Steinen und muss da, glaube ich, verschiedene Aufträge erledigen, so wie ich es verstanden habe. Das klingt irgendwie erstmal so, als ob es irgendwie ein Match from Heaven wäre. Also das sind ja zwei große Player und beides Sachen, die irgendwie ihre eigene Fanbase haben. Also das kann gut funktionieren. Man hat noch nicht so richtig viel davon gehört. Also das Cover durfte man auch noch nicht sehen. Was ich sehr spannend fand, was ich entlocken konnte, ist, dass die Lego-Steine, die da drin sind, vom Wert her günstiger sind, wenn du es quasi in dem Spiel kaufst, als wenn du die bei Lego einfach als Steine kaufen würdest. Das finde ich schon mal einen sehr smarten Move, weil dann vielleicht auch Leute sagen, oh, da sind ein paar coole Scheine drin, nehme ich doch das Spiel irgendwie noch mit. Man muss mal gucken, ob das Ganze dann mechanisch auch so interessant ist, dass es auch wirklich einen Spielreiz ausübt. Oder ob es einfach nur so ein Marketing-Gag ist. Wenn die richtig gute Spiele damit konzipieren, dann ist es natürlich eigentlich wahrscheinlich ein absoluter Verkaufsschlager. Oh ja, bin ich auch mal interessiert. Ich konnte aber noch nicht so richtig rausfinden, was für ein Spielprinzip jetzt dahinter steckt. Nikojima ist ein Geschicklichkeitsspiel. Japanische Inseln versuchen wir mit Strommasten zu versorgen. Die müssen auch in die Höhe gebaut werden und so kleine Katzen hängen da drin rum. Also das fand ich von der Optik total cool. Und so ein Geschicklichkeitsspiel hatte ich lang nicht mehr in der Hand. Da habe ich irgendwie wieder mal Lust drauf. Das kann ich dir sogar empfehlen. Das habe ich sogar schon gespielt. Da haben wir noch nicht drüber geredet. Aber der Sven hatte den Prototypen da. Und das hat eine ziemlich coole Tischpräsenz, wenn sich das dann so in die Höhe aufbaut. Und ist auch echt ganz schön ausgefuchst. Weil diese ganzen Strommasten immer dann so runterhängen und sich alles dann überlagert und so. Also das hat mir auch ganz gut gefallen. Was ich auch gesehen habe, ist die erste Erweiterung zum Mischwald. Die kommt in so einer ganz kleinen Box. Da sind auch nur 36 Karten drin. Thema ist jetzt die Alpen. Das heißt, da findet man halt dann Tiere und Bäume, die eben in den Alpen halt heimisch sind. Ja, ist einfach ein bisschen mehr von dem, was man schon kennt. Dann kann man halt neue Kombinationen bauen. Ich finde das ehrlich gesagt ein smarten Move bei dem Spiel. Jetzt erstmal einfach ein bisschen mehr Content zu liefern und nichts groß an den Regeln zu ändern. Das macht mehr Wiederspiel wert. Und ich glaube, das ist erstmal the way to go. Wenn das Ding erfolgreich wird oder das Mischwald irgendwie weiterhin irgendwie so beliebt ist, dann kommen da sicherlich noch mehr Erweiterungen. Bei Lost Lights hat mich vor allem erstmal die Optik angesprochen. Und als ich dann gehört habe, ist so ein taktisches Zwei-Personen-Spiel, wo es ein bisschen Abenteuer-Charakter hat. Da habe ich mir gedacht, alles klar, das möchte ich ausprobieren. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Und ja, Zwei-Personen-Spiele mit taktischem Anspruch, bin ich dabei. Ja, hat mich optisch auch schon angesprochen. Board Game Circus bringt auch Shake That City. Jetzt auch auf Deutsch, das kam ja bei AEG raus, konnte ich auch schon spielen. Das ist im Endeffekt ein kleines Städte-Puzzle-Bauspiel, wie man es irgendwie schon öfter gesehen hat. Aber das Interessante ist eben halt quasi, wie die Sachen ausgewählt werden, weil da halt so ein Pub-Shaker dabei ist, den man erstmal zusammenbauen muss. Da sind dann neun kleine Klötzchen drin in verschiedenen Farben. Und dann schüttelt man den so und legt den hin und drückt dann auf so eine Schnalle und hebt es hoch. Und dann ist da so eine Konfiguration und du suchst dir dann eine Farbe aus und darfst dann die Sachen einpuzzeln. Aber die müssen in genau der Konfiguration dann bei dir eingepuzzelt werden, wie das da so liegt. Da muss man halt irgendwie dann auch entsprechend räumlich denken können. Das Interessante ist halt vor allem dieses Gimmick, was da mit dabei ist. Das ist ein nettes Spiel. Also das ist was, was man sich auf alle Fälle mal anschauen kann. Kosmos, finde ich, hat in letzter Zeit Aufsehen erregt mit Lokalisierung. Die haben sich da mal richtig schöne Perlen geschnappt. Zum Beispiel auch das nächste Spiel, was du gleich vorstellst. Und auf der letzten Messe war zum Beispiel Bonsai eins dieser Spiele, die ratzfatz ausgekauft waren. Und auf der letzten Messe war zum Beispiel Bonsai eins dieser Spiele, die ratzfatz ausverkauft waren. Und ja, sehr gespannt. Kosmos hat sich's geschnappt. Schönes Puzzlespiel, wo wir so kleine Bonsais wachsen lassen. Immer mit unterschiedlichen Herausforderungen in jeder Partie. Werde ich morgen Abend schon direkt spielen. Werden wir im nächsten Spiel darüber berichten. Ja, ich meine auch, ich habe das schon auf mehreren Messen irgendwo gesehen. Aber gespielt habe ich es noch nicht. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Ja, du hast gerade ja schon vorgegriffen, Sky Team kommt bei Kosmos. Ich habe da ein eigenes Video zugemacht. Ich finde das Spiel wirklich fantastisch. Es ist eines meiner liebsten Zwei-Personen-Spiele aktuell. Das wird wirklich regelmäßig bei uns gespielt. Und jetzt, wo es auch wirklich in dem Frühjahr auf Deutsch noch erscheinen wird, bin ich mir jetzt fast sicher, dass das beim Kennerspiel des Jahres auch eine Rolle spielen wird. Ich weiß nicht, ob es auf der Shortlist bei den letzten drei Landen wird, aber auf der Empfehlungsliste garantiert. Ich meine, es ist halt ein Zwei-Personen-Spiel. Das heißt, es ist immer für eine ganz spezielle Zielgruppe. Aber das ist mechanisch und thematisch so stark, dass das, glaube ich, irgendwie noch mehr Bekanntheit kriegen wird. Vor allem, wenn es jetzt eben so rasch auf Deutsch schon rauskommt. Die Crew-Serie geht weiter und diesmal wird es kein Stichspiel. Es ist definitiv wieder kooperativ. Wir sind irgendwie eine Gruppe Überlebende, die versucht, verschiedene Herausforderungen zu meistern. Und jetzt ist es ganz klar in der Familienrichtung angesiedelt. Also deutlich leichter und basiert eher auf dem Mau-Mau-Prinzip. Da bin ich immer auch sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche, aber ich glaube, der Schritt ist der richtige. Dass man jetzt nicht immer wieder eine Kopie macht von dem Ganzen, sondern vielleicht ein bisschen andere Karten-Grundmechaniken da reinnimmt. Und irgendwie die Einstiegshürde geringer zu halten, so für Family, ist, glaube ich, auch smart. Bei Pegasus, will ich ganz kurz einschieben, habe ich Evacuation gesehen. Da wird also die deutsche Version rauskommen von Wladimir Suchis letztem Spiel. Ein komplexes Ding mit einem sehr interessanten Mechanismus, wo wir von einem auf dem anderen Planeten umziehen müssen. Also eine ganz andere Art des Denkens, habe ich gemerkt. Ich habe das letztes Jahr ein paar Mal gespielt und muss sagen, es ist echt ein knackiger Genuss. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich so erste Erfolge feiern konnte. Also es ist wirklich eher was für Leute, die gerne auch ein bisschen komplexere strategische Spiele spielen wollen. Finde ich gut, dass es jetzt auch auf Deutsch rauskommt. Ich bin ja ein großer Fan von Minara, so ein kooperatives Bauspiel. Und ich finde, in diese Richtung gibt es viel zu wenig. Und deswegen habe ich Tower Bricks auf die Liste geschrieben, auch von Cosmos. Und hier ist das Besondere, wir bauen kooperativ, aber es gibt eingeschränkte Informationen. Also wir haben ein Ziel, was wir hinbekommen müssen, aber nur jeder hat einen Teil dieser Information. Natürlich ist die Kommunikation eingeschränkt. Und trotzdem müssen wir es hinbekommen, dieses Ziel aufzubauen, was da zu lösen ist. Das heißt, so ein bisschen deduzieren und kooperativ was bauen, fand ich spannend genug auf jeden Fall, um das mehr anzuschauen. Ja, das hat mich auch angesprochen. Ich würde gerne noch zwei Sachen von Asmodee kurz erwähnen. Da gab es noch nicht so viel. Bei dem einen gab es nur die Schachtel, aber da habe ich das Original schon gespielt, nämlich Survive the Island heißt jetzt diesmal. Wir haben letztens darüber gesprochen, ich habe in einem Video mit Sven, über Spiele, die mehr Bekanntheit bräuchten. Und das hieß, als ich noch darüber gesprochen habe, The Island. Ne, doch, The Island, ja genau, heißt es auf Deutsch. Und ist aber ursprünglich mal aus Atlantis auch schon auf dem Markt gewesen und heißt im Original Escape from Atlantis. Und jetzt heißt es Survive the Island. Aber es ist immer das gleiche Spiel. Es ist ein sehr, sehr lustiges Familienspiel mit einem hohen Ärgerfaktor. Und die neue Optik von der Neuauflage, die hat mich auch gleich angesprochen. Also wird es jetzt auch bald wieder zu kaufen geben. Und was sie da auch hatten, ist Kids Express. Da bin ich natürlich auch sofort mit großen Augen hingelaufen. Das ist eine Kinderspielversion von Cold Express, dem großartigen Programmierspiel, das ich sehr liebe. Und ja, also es sieht halt tatsächlich aus wie eine Kinderspielversion davon. Also die Züge, also die Waggons, die sind auch wieder so aus Pappe, sehr schön gestaltet, aber größer. Und auch nicht so fummelig, dass man da auf zwei Ebenen spielt. Also dass man irgendwie nicht alles irgendwie gleich immer umhaut mit den kleinen Kinderhänden. Und dann sind auch ein paar so Geschicklichkeitselemente dabei, dass man irgendwie was wegschnipsen kann und so. Also ich konnte noch nicht so viel vom Spielprinzip sehen, aber optisch reizt mich das natürlich sofort. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt irgendwie bei mir zu Hause noch irgendwie groß unterbringen kann, aber ich will es auf alle Fälle mal spielen. Wir haben eben schon darüber geredet, Cosmos schnappt sich ein Lokalisierungskracher nach dem anderen. Und Far Away ist auch dabei. Das kommt ja erst im Herbst raus. Und ist garantiert schon mal so ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres dann nächstes Jahr. Ja, ich habe es schon gespielt. Ich habe es mir auf Französisch bestellt, damit ich es spielen kann, weil es sprachneutral ist. Die Anleitung ist ja kein Problem, sich dann irgendwo zu besorgen. Regeln sind auch super simpel, dass wir definitiv Familienspielniveau mit einem total coolen Twist acht Karten ausspielen. Rückwärts wird gewertet und man denkt, ist doch total banal. Nein, nein, ist knifflig und cool. Was ich leider vor Ort noch nicht sehen konnte, aber mir davon habe erzählen lassen, ist Lumicora. Das ist das neue Spiel von Rita Modl und Illustrationen von Annika Heller, also Traumkombinationen, hat mich vom Cover schon total angesprochen. Aber die Rita war zwar am Dienstag schon da, die habe ich irgendwie auch erst gehört, glaube ich, fünf Minuten, bevor ich sie dann gesehen habe in der Halle. Und die hat mir auch dann ganz leidenschaftlich von dem Spiel erzählt, aber das Spiel war selber noch nicht da. Also das kam erst die Tage drauf. Ich habe jetzt ein bisschen mir das angeschaut und muss sagen, spricht mich an. Also es ist so ein dreidimensionales Plättchenlegespiel, wo wir einen Korallenriff bauen aus verschiedenen Farben und dann irgendwie über zehn Runden immer am Ende halt eines von diesen Korallenteilen da werden. Ist ein Kennerspiel, hat eine coole Optik und angeblich leuchten die Teile im Dunkeln, weil sie so fluoreszierend sind. Das finde ich natürlich auch schon mal cool. Also das werde ich mir definitiv anschauen. Für den nächsten Stromausfall. So, warum verhaspel ich mich heute so viel oder warum muss ich so viel schneiden? Ich habe eben ein Regelvideo zu Schwingenschlag aufgenommen, weil ich das nämlich ein cooles Spiel finde und alle Fans von Flügelschlag sollten sich das auf jeden Fall mal anschauen. Oder die, die Flügelschlag nicht so cool fanden wegen bestimmten Aspekten, die nämlich hier ausgebügelt sind. Thematisch sind es jetzt Drachen. Vögel fand ich cool, da konnte man was lernen. Sieht trotzdem sehr hübsch aus und ist spielerisch. Finde ich einen Tick interessanter als Flügelschlag. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gespielt. Was ich aber gespielt habe, ist das andere Stonemaier-Spiel, was auch bei Feuerland lokalisiert wird, nämlich Apiary. Was den wunderschönen deutschen Titel Astro-Bienen oder die Astro-Bienen, ich weiß es gar nicht, haben wird. Da gab es schon hitzige Diskussionen bei uns in der Community. Ja, ich hätte es, glaube ich, anders genannt. Spiel ist aber wirklich sehr gut ein Bienen-Worker-Bienen-Einsatz-Spiel, was sehr, sehr flott gespielt ist mit kurzen Zügen und sehr, sehr viel Variabilität. Also auch da bin ich froh, dass es auf Deutsch rauskommt. Sehr gespannt bin ich auch auf Everdell Farshore, also Farshore in der Everdell-Welt. Also ein Spiel aus dieser Welt. Ich glaube, erstmal ist es schlau, dass sie nicht noch eine Erweiterung rausbringen, weil ich glaube, noch mehr Erweiterung braucht Everdell auf keinen Fall. Und dann ist natürlich schlau in der gleichen Welt, ja, jetzt begeben wir uns auf irgendwelche Inseln. Und mehrere, ein ähnliches Spiel herauszubringen. Wo ich mich aber frage, ist, bei 100 Euro, was steckt in dieser Packung? Und ist es so viel anders als Everdell, dass das irgendwie wert ist? Also ich als Everdell-Spieler habe da so viel anderes, dass ich sage, jo, das lohnt sich zu investieren. Weil ich glaube nämlich, wenn man noch kein Spiel aus dieser Welt hat, dann spielt man halt erstmal Everdell, weil es irgendwie nur halb so teuer ist. Ja, ich bin sehr gespannt, was da drin steckt. Und erstmal sah es so aus, als wäre es mir noch recht nah an Everdell selber dran. Also da wird jetzt kein großes Experiment gewagt, was ja erstmal auch nicht verkehrt sein muss. Ja, ich freue mich, da was zu entdecken, dass es auch ein Standalone-Spiel ist. Bin mir bei unsicher, ob es die 100 Euro wert ist. Von Material und Inhalt sah es erstmal so viel aus, wie sonst in der Grundbox bei Everdell drin war. Ja, also ich bin auch ein bisschen schockiert gewesen. Ich habe es auch vor Ort mir angeschaut und mein erster Blick war, oder erste Meinung, es sieht total süß wieder aus. Aber es sieht schon sehr ähnlich aus wie das Original Everdell. Und dann hat eben der von Pegasus gemeint, so kostet übrigens 100 Euro. Und dann dachte ich mir so, what? Ich glaube, das liegt aber tatsächlich an Starling Games. Also die Erweiterungen, die waren ja auch schon so unfassbar teuer, auch im Deutschen. Ich glaube, dass die da eine extrem hohe Marge nehmen. Ja, ich liebe Everdell, aber ich weiß nicht, ob ich das zu dem Preis unbedingt brauche. Ich werde es irgendwann vielleicht mal mitspielen. Was die beim Pegasus-Stand auch hatten, und das fand ich ganz spannend, war Knowledge. Das ist ein Quiz, und das wird hier so schön gesagt, irgendwie das Quiz ohne Fragen. Dann habe ich mir das irgendwie näher angeschaut, und da waren halt doch Fragen dabei. Aber so Sachen, die nicht unbedingt so ganz krasse, harte Wissensfragen sind, sondern wo es irgendwie auch darum geht, irgendwie eine Anfangsbuchstaben oder eine Zahl oder irgendwie eine Farbe zu erraten. Und wo irgendwie auch so viel Intuition und Bauchgefühl interessant sein kann. Ist auch wieder, glaube ich, ein kooperatives Spiel. Also ein bisschen so wie Kneipen-Quiz, wo wir quasi gegen das Spiel spielen. Und ist, glaube ich, irgendwie auch so ein Einsteiger-Ding, wo man sich dann auch nicht blöd fühlt, weil man sagt, oh Gott, ich weiß wieder nichts. Sondern was eher auch den unterhaltsamen Charakter hat. Ich werde es auf alle Fälle mal ausprobieren, weil ich mag Quiz-Spiele. Jo, klingt nach einer witzigen Variante. Eine sehr witzige Variante finde ich auch Puerto Banana. Das ist so eins dieser Spiele, die würde ich von mir aus niemals irgendwo auf der Liste sitzen, weil sie von der Anmutung eher was sind, wo ich denke, ah, keine Ahnung. Aber was ich spannend daran fand, war, als dann, ähm, wer war es? Ich weiß nicht mehr, ein Redakteur von Pick. Also es meinte, ey, Christoph, hast du kurz Zeit? Ich will nur drei Spiele zeigen, wo ich sage, ich glaube, die sind besonders spannend. Das sind meine Lieblinge dieses Jahr bei unserem Portfolio. Und da war das Spiel dabei und meinte, das ist so ähnlich wie QE, ein bisschen anders, auch sehr cool. Alles klar ist gekauft. Weil QE bin ich ein großer Fan von, so ein Versteigerungsspiel mit einem ganz besonderen Twist. Und das geht in eine ähnliche Richtung, ist, glaube ich, von den Regeln, weil es ein Familienspiel ist, sogar noch einen Tick leichter. Klang aber sehr witzig. Deswegen, ja, Puerto Banana klingt auch schon sehr witzig vom Namen. Ähm, Pegasus hat ja einige Lokalisierungen auch am Start. Unter anderem habe ich auch Robinson Crusoe Collector's Edition gesehen. Da will ich jetzt keine irgendwie Wunden aufreißen, weil die Bäcker immer noch auf die Sachen warten. Aber was ich sehr spannend fand, war The Vale of Eternity. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das haben wir uns in Essen ja mitgenommen. Und da war ich sehr begeistert. Das ist ein Card-Drafting-Spiel, was so ein bisschen irgendwie sich anfühlt wie so ein TCG. Aber es funktioniert halt eben ohne Deckbau und so weiter vorher. Sondern wir versuchen uns halt unsere kleine Auslage an Monstern mit coolen Kombo-Effekten zu machen. Mit einem sehr interessanten Ressourcen-Kaufmechanismus und wie man die Karten ausspielt. Ähm, fand ich sehr, sehr cool. Und das kommt jetzt eben auf Deutsch bei Pegasus raus. Ebenfalls in der Kategorie, hätte ich mir eigentlich niemals angeguckt, aber wurden mir dann doch empfohlen, ist Sink and Swim. Und dieses Spiel greift thematisch Synchronschwimmen auf. Und denkst du so, what the fuck, wir kommen auf dieses Thema. Äh, als ich mir dann erklärt habe, wie das so abläuft, dachte ich, oh, cooles kooperatives Kommunikationsspiel. Also Handkartenmanagement, es läuft ein Timer. Und wir müssen jetzt im richtigen Rhythmus und richtigem Timing Karten weitergeben, ausspielen. Drehen, wechseln und so weiter. Also so ein cooles kooperatives Spiel mit einer ganz besonderen eigenen Dynamik, was wohl dieses Thema Synchronschwimmen, keine Ahnung, was dafür notwendig ist, wohl sehr gut aufgreift. So, deswegen wird es auf jeden Fall ausprobiert. Ich glaube, es ist auch ein super Teamfindungsspiel. Meine erste Reaktion ist, ich glaube, das brauche ich nicht, aber ich sehe uns jetzt schon wieder auf der BerlinCon abends irgendwie sitzen und alle irgendwie eine halbe Stunde Synchronschwimmen und die Zeit unseres Lebens haben. Also das könnte irgendwie so ein Hit-and-Miss-Titel sein. Ich bin gespannt. Bei Miraculous, also einer der vielen Verlage der Spieleoffensive, ich muss da immer irgendwie nachschauen, welcher von den 35 das ist, wird jetzt auch Wonderlands War lokalisiert werden. Gefühlt ist das ja irgendwie auch schon zwei Jahre alt, ist es wahrscheinlich gar nicht. Ein sehr, sehr opulentes Spiel im Alice in Wonderland-Universum, wo wir die T-Party ein bisschen nachspielen, es gibt ein bisschen Area Control, wir haben Backbuilding und müssen Sachen aus unserem Sack ziehen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die Optik und die Komponenten extremst krass fand, fast schon irgendwie zu krass. Ich bin mal gespannt, was das dann auch kosten wird. Aber viele Leute feiern das Spiel echt total ab und finde es cool, dass es jetzt auch auf Deutsch rauskommt. Ich möchte auch mitbekommen, dass es viele Fans hat. Viele Fans hat auch Die Throne und Marvel. Und das Thema zusammenzuschmeißen, ist natürlich auch ein genialer Schach-Move. Schachzug, cooler Move, das wollte ich sagen. Und das kommt jetzt endlich auf Deutsch. Da haben sich, glaube ich, schon viele Leute lange drauf gefreut. Ja, Die Throne, wie schon gesagt, ist so ein Würfel-Kniffel-Spiel, wo wir immer so Held gegen Held kämpfen. Und das jetzt mit den Marvel-Universum-Helden. Black Widow ist dabei, Captain Marvel, Black Panther, Scarlet, Loki, Thor, Doctor Strange, Miles Morales. Ja, also bekannte Helden und da wird sich jetzt gekloppt im coolen Stil. Das finde ich geil. Erstmal 20 Helden random aufgezählt, wer alles irgendwie mit dabei ist. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Korax Games, auch wieder Spieleoffensive, bringt die deutsche Version von Stationfall. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Mist, das hätte ich eigentlich in meine Top 5, die unbedingt auf den Tisch kommen müssen, Liste mit aufnehmen wollen. Weil ich habe in den letzten Wochen da mehrfach von gehört, dass Leute wirklich sehr davon gespermt haben. Das ist ein Spiel mit einem ganz eigenen Mechanismus. Wir sind auf so einer Weltraumbasis und die geht irgendwie unter oder stützt auf die Erde. Und da sind ganz, ganz viele Charaktere drauf und die haben alle unterschiedliche Dinge, die sie erledigen wollen. Und wir steuern quasi alle, alle Charaktere. Wir sind aber nur einer davon. Und wir müssen dann quasi versuchen, unsere Ziele zu erreichen, indem wir die Sachen so quasi manövrieren auf dem Ding, dass die anderen nicht mitbekommen, was wir da eigentlich im Schilde führen. Das klingt super cool. Ich glaube, es hat einen ziemlichen Regel-Overload, weil du halt am Anfang, weil es mit verdeckten Rollen dann ist, erstmal alles verstanden haben musst, wie das alles funktioniert. Aber das Spielprinzip, finde ich, klingt total cool. Also da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Bin ich auch interessiert. Und wo ich natürlich auch interessiert bin, ist ein Nemesis-Spiel. Wobei das hier was ganz Besonderes ist, nämlich ein Exit-Spiel. Und in letzter Zeit bin ich denen eigentlich ein bisschen überdrüssig. Aber wenn man das zusammenwirft, also so ein erwachsenes Exit-Spiel im Nemesis-Universum, dann habe ich da wieder mal richtig Bock drauf. Also da erwarte ich mir so ein bisschen was Erwachseneres. Es wäre lustig, wenn man dann irgendwie so Sachen freirubbeln muss und einer ist der Verräter, der rubbelt dann nicht richtig und er sagt dann nur irgendwie, was er gesehen hat. Terrorscape kommt auch bei Grimspire, auch Spieleoffensive, auch auf Deutsch. Da haben wir in einem der letzten Videos auch schon mal wieder gesprochen, auch öfter schon. Das ist ein sehr, sehr cooles Hidden-Movement-Spiel. Wo einer den Killer spielt und die anderen spielen die Überlebenden in verschiedenen Szenarien, in irgendeinem alten Haus oder in irgendeinem See in der Hütte. Und der versucht dann quasi alle niederzuschnetzeln und die müssen halt versuchen irgendwie den Ausgang zu finden. Aber halt eben mal ein bisschen umgedreht, dass quasi die Gruppe im Geheimen arbeitet und der Killer nicht weiß, was genau los ist und ein bisschen deduzieren muss. Es ist ein sehr, sehr atmosphärisches Spiel, was echt so das ideale Halloween-Spiel ist. Ich hab's jetzt schon hier stehen. Ich glaub, ich werd mir nicht auch noch die deutsche Version holen. Find's aber trotzdem cool, dass es auch lokalisiert wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie, weil das war ja auch ein Kickstarter, ob sie da die ganzen Erweiterungen alle auch rausbringen oder erst mal abwarten, wie der Erfolg ist. Ich hab die Kampagne ehrlich gesagt nicht so verfolgt. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt sogar schon besser wissen, falls ihr das gebackt habt. Aber find ich cool, dass es auch kommt. Was ich auch richtig cool finde, dass es kommt, ist eine Erweiterung zur Anno 1800, womit wahrscheinlich kein Mensch auf diesem Planeten gerechnet hat. Was ein bisschen schade ist, wir hatten diese kleine Tour durch die Kosmos-Welt und die Tanja hat das alles wunderbar erklärt. Und genau bei dem Spiel konnten sie mir nichts zu sagen. Meine ich so, ist denn die Anleitung da drin? Also die Erweiterung war aufgebaut, ich konnte mir das Material alles anschauen. Und es war noch die Anleitung nicht drin, sonst hätte ich sie mir schon mal durchgelesen. Also ich freu mich drauf, ich hab wieder mal richtig Bock, eine Partie zu zocken. Und Thomas hat ja auch gesagt, er ist bei einer Speed-Runde mit Flo und mir auch dabei. Da nehmen wir wahrscheinlich direkt die Erweiterung dazu. Dieses Jahr wird's passieren. Ja, da haben wir jetzt schon zwei Spiele in Folge, die gut für Halloween geplant werden können. Ich spiel das gern nochmal mit euch. Wenn's schneller geht vor allem, bin ich dabei. Probiere ich aus. Noch eine Lokalisierung. Es sind tatsächlich wirklich viele Lokalisierungen. Und zwar Dinosaur Island Raw & Ride kommt auch auf Deutsch raus. Ich glaube bei Skellig Games, wenn ich's richtig im Kopf habe. Und wollte ich auch nochmal erwähnen, weil Dinosaur Island einfach ein gutes Ding ist. Wir haben das Raw & Ride ja auch auf unserem Supporter-Wochenende. Beim Vorvorletzten haben wir's auch schon gespielt. Das fand ich ehrlich gesagt ganz cool, weil man seinen eigenen Park so einzeichnet und dann auch so Wege irgendwie überlegt. Quasi schon vorausplanen muss, wie man seinen Park aufbaut, dass die Besucher ein cooles Erlebnis haben. Das fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Also kommt auch auf Deutsch raus. Hatte mir auch gefallen. So, und der Vollständigkeit halber muss natürlich Dune Imperium Uprising auch auf diese Liste mit einer klaren Empfehlung. Das muss man gespielt haben. Ich hab mir hier die englische geholt und bin begeistert. Also macht das Grundspiel auf jeden Fall besser und abwechslungsreicher und viel mehr Tiefe drin. Ich hab's mit den Erweiterungen gar nicht gespielt, weil's glaube ich gar nicht notwendig ist. Auch wenn es möglich ist, was auch ein ganz crazy Zug ist. Deswegen, ja, ich glaube, das wird in seinen nächsten Top 50, wird das klar in den Top 5 vertreten sein. Ziemlich weit oben. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ganz gespannt bin ich auf Civilution. Das ist das neue Spiel von Stefan Feld. Das kommt bei Deep Print Games. Und das wird ein komplexes Civilization Euro Game mit vor allem, glaube ich, Dice Drafting oder Dice, also Würfel platzieren und Draften, Karten ausspielen. Denn ich hab noch nicht so viele Infos dazu, außer, dass es echt wirklich ein komplexes Spiel ist, was auch ein bisschen länger gehen kann. Und was vor allem auch dadurch brilliert, dass es irgendwie so verschiedene Tech-Trees hat, die man unterschiedlich erforschen oder evolutionieren kann, weiterentwickeln kann. Und da einfach wahnsinnig viel Wiederspielwert wohl drin sein wird, weil es einfach unterschiedlichste Möglichkeiten gibt, wie man dann seine Zivilisation da weiter ausspinnt. Ich bin ja nicht so der große Zivilisationsfreund, also gerade wenn es irgendwie dann so ewig lange Spiele sind. Aber wenn Stefan Feld es mit Deep Print Games macht, dann muss ich mir das auf alle Fälle auch angucken. Also da bin ich tatsächlich schon richtig heiß drauf. Und Viktor Kubilka als Autor, die sind ja schon lange dran am Pfeilen. Wird ausprobiert. Was auf jeden Fall auch ausprobiert wird, ich hab mal wieder Bock auf so einen Boss-Battler. Und was ich sehr schön finde in Town Folk Tassel ist, es ist nicht so ein episches Kampagnen-Spiel, sondern es sind so One-Shots. In der kurzen Partie drei Bosse, in der längeren Partie vier. Wir sind ein Volk, nee, wir sind ein Dorf und wir sind halt Einwohner dieses Dorfes mit so eigentlich ganz normalen Berufen. Und das ist dann so ein total abgedrehter Humor. Ich weiß nicht, so ein Filmstil aus den 50ern, 40ern, also ganz oldschool-y mit abgedrehtem Humor. Und dann ganz wirre Bosskämpfe, wo wir kooperativ versuchen, halt das Ding, die Schurgen zu erlegen, die unser Dorf da unfrieden stiften wollen. Habe ich sehr viel Bock drauf. Also die, die es gespielt haben, meinten, jo, cooles, fluffiges Spiel. Ist dann jetzt auch nicht so mega komplex, so eher Kennerspielniveau. Und wenn es keine große Kampagne ist, dann habe ich mir wirklich Lust auf sowas. Also ich bin ja nicht so der Boss-Battler-Typ, ne? Aber das Artwork hat mich auch total angesprochen. Das ist halt wirklich cool. Und was bei Frosted Games auch rauskommt, ist Endeavor, die Tiefsee. Das Endeavor war ja quasi eins der Spiele, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt, die sie auf den Tisch bringen. Ist aktuell nirgendwo verfügbar. Aber ganz viele Leute haben auch in die Kommentare geschrieben, hey, warte doch einfach auf das Neue. Kommt ja jetzt irgendwie die Tiefsee mit U-Booten, alles ein bisschen weiterentwickelt. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und muss sagen, da habe ich ja sogar noch mehr Bock drauf. Also nicht nur weil U-Boote, sondern auch modularer Spielplan. Es gibt verschiedene Szenarien. Du kannst es auch kompetitiv oder kooperativ spielen. Ist an den Mechanismen noch ein bisschen was dran geschraubt. Also ich glaube, das könnte insgesamt nochmal eine deutliche Weiterentwicklung des Prinzips sein. Deswegen habe ich mir jetzt beides auf die Fahnen geschrieben. Ich will das Alte und auch das Neue spielen dieses Jahr und dann mal gucken, was mich mehr anspricht. Aber ich verspreche mir von beiden ehrlich gesagt ziemlich viel. Ein kleines Spiel von Moses, zwar Fake Check. Das gibt es in drei Editionen mit verschiedenen thematischen Ausrichtungen. Und das haben wir direkt am Tisch gespielt. Fand ich sehr witzig. Geht darum, dass du eine Frage in den Raum gestellt hast mit auf einer Karte dann vier Abbildungen. Und dann geht es immer nur zu sagen, treffen null oder bis zu vier zu. Zum Beispiel ist mehr als 100 Jahre alt und hast du vier Abbildungen, hast eine Cola drauf, ein Teddybär, Mensch ärgere dich nicht und noch irgendwas anderes. Du musst ja jeder gleichzeitig sagen, okay, wie viel glaubt der, wird halt aufgedeckt. Also ein nettes, irgendwie so Fakten-Rate-Spiel, Einschätzspiel mit Quizcharakter, wo einfach mal schnell, locker, flockig was gespielt bekommt. Hat so ein bisschen Smart-Ten-Vibes. Einfach so schnell, locker, flockig, eher so ein bisschen einschätzen. Das war witzig. Ja, ich muss natürlich auf alle Fälle noch Blood and the Clock Tower erwähnen. Da kommt ja die deutsche Version bei Fun Tales. Im Sommer soll es soweit sein. Die Vorbestelleraktion läuft auch noch, allerdings glaube ich mittlerweile ohne Rabatt. Und man muss ja sagen, es ist schon eher ein teures Spiel. Ich finde es fantastisch, aber man muss natürlich überlegen, irgendwie braucht es auch nicht jeder in der Großgruppe, glaube ich. Ich persönlich bin sehr gespannt, wie sie die deutsche Übersetzung hinkriegen und ob es dann irgendwie einfach noch mehr Leute gibt, die das Spiel anspricht. Weil halt dann die Sprachbarriere auch fällt. Ja. Und jetzt fragst du dich, was ist vielleicht am meisten hängen geblieben? Und das ist gar kein richtiges Spiel, sondern ein Spielzeug. Und zwar saßen wir bei Hutter und die bringen hier sowas raus. Das ist in Grundform so ein Würfel. Ich glaube, du wirst ewig brauchen, bis du den wieder dahin zurückbekommst, weil du das Ding nämlich auseinandernehmen kannst. Warte. So, und dann ist es etwas, woraus du unendlich viele total verrückte Formen zaubern kannst. Und du bist jedes Mal überrascht. Krass, was kann man daraus machen? Und ich saß den ganzen Termin da mit dem Christoph und ich war die ganze Zeit an, lag halt einer auf dem Tisch und ich war die ganze Zeit am Fummeln und dachte, boah krass, guckt euch das an. Und ich habe nur so halb hingehört und war am Fummeln und was weiß ich was. Irgendwann meint sie, okay, ich merke es schon. Ist sie losgegangen, hat mir auch so einen Würfel gegeben. Der kommt, glaube ich, erst im März raus oder so. Aber ich war die ganze Zeit beschäftigt, das ist total beruhigend und angenehm in der Hand, sowas cooles zu puzzeln, zu falten, irgendwelche witzigen Figuren draus zu machen. Das sind halt so magnetische Kanten und du kannst auch mehrere nehmen, um dann noch größere Gebilde draus zu machen. Also, das ist auf jeden Fall am meisten hängen geblieben. Und jetzt noch die Top 5, auf was wir uns am meisten freuen. Was kein Spielzeug, sondern richtiges Brettspiel ist. Also, bevor ich meine Top 5 droppe, muss ich noch sagen, mich erinnert dieses Spielzeug an diese Dinger, die wir als Kinder hatten. Das waren diese Platten, die man auch immer so umklappen konnte und dann wieder neu aufklappen. Ich weiß bis heute nicht, wie das überhaupt funktioniert, weil da immer unterschiedliche Kanten zusammen waren. Und da musste man irgendwie dann so Ringe matchen. Das sieht genauso aus irgendwie ein bisschen. Ja, also die 5 Sachen, auf die ich mich tatsächlich aus dieser Liste am meisten freue, ist einmal Stationfall. Da habe ich schon gesagt, da finde ich dieses Spielprinzip einfach so wahnsinnig spannend und auch so originell. Und ich glaube, dass das irgendwie ein sehr, sehr eigenes Spielgefühl hat, wenn dann vor allem Leute am Tisch sitzen, die alle die Regeln gut verstanden haben und das dann irgendwie auf einem hohen Niveau spielen. Also, das muss auf alle Fälle bald gezockt werden. Da würde ich auch auf die englische Version sonst zurückgreifen. Dann ist Evolution, habe ich auch schon gesagt, irgendwie, ich glaube, das könnte ein absoluter Stefan Feldkracher sein. Und dann ist mal ein bisschen was anderes dabei, außer das 400. Städtespiel aus der Queen-Reihe, sondern mal ein bisschen was anderes. Das Altered TCG finde ich sehr, sehr spannend. Da, wie gesagt, bin ich nicht sicher, ob ich da groß einsteige, aber ich will das unbedingt ausprobieren. Und ich möchte auf alle Fälle irgendwie beobachten, wie sich das so entwickelt. Endeavor, die Tiefsee, habe ich auch schon gerade gesagt. Einfach All-Dansion deswegen, weil ich das Original-Endeavor eben noch nicht gespielt habe. Zwar das Magister Narvis, aber eben Endeavor nicht. Und ich glaube, dass das meine Art von Spiel ist. Und natürlich interessiert mich auch die deutsche Version von Blood on the Clock Tower. Einfach, weil ich sehr, sehr interessiert bin, wie das mit der Übersetzung funktioniert. Also, die werde ich mir definitiv auch holen. Meine Top 5, wo ich am meisten Bock drauf habe, ist zum einen Nebelwind. Und Sven meinte, war coolste Spielerfahrung des Jahres. Von dem ich hane, irgendwie vom Thema. Passt alles wunderbar für mich. Alles klar, muss auf jeden Fall gespielt werden. Richtig Bock habe ich auch auf Terrorscape. Dieses, ja, dieses versteckte Hidden Movement Game. Einer gegen alle, wo ich auch dauernd in WhatsApp lese. Alle, die es ausprobieren, feiern es voll ab. Also, muss auf jeden Fall als thematisches Spiel ausprobiert werden. Kein Weg geht dran vorbei. Star Wars Card Game. Keine Chance. Also, Christoph muss das spielen. Ich habe, wie gesagt, im Browser schon ein paar Partien runtergerockt. Macht Laune. Ist spielerisch sehr cool. Grafikstil. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber, ja, die ganzen Helden mit coolen Effekten. Und es ist einfach ein geiles Feeling. Ich habe so ein Déjà-vu in meiner Kindheit. Oder meine Jugend. Und ganz klar, ich habe wieder richtig Bock auf Anno 1800. Und was gibt es für einen besseren Grund, wenn es nicht eine Erweiterung ist? Unbedingt. Und Townfolks Tassel. Aus den Gründen, wie eben genannt. Ich habe wieder mal Bock auf einen Boss-Baddler. Einer mit ein bisschen Witz und Humor. Und der vielleicht nicht so mega-expertisch ist. Wo keine Kampagne hinter ist. Sondern einfach mal, komm, wir nehmen uns hier mal drei, vier Bosse. Und die werden jetzt einfach runtergeprügelt. Und haben eine witzige, kooperative Erfahrung. Da habe ich Bock drauf. Nice. Ich bin gespannt. Das erste Halbjahr geht schon gut los. Obwohl ja in Essen dann erst die richtigen Kracher wahrscheinlich kommen. Aber da ist wirklich schon sehr, sehr vieles dabei, was ich mir angucken will. Beziehungsweise viele Spiele, die jetzt auf Deutsch auch rauskommen. Bei denen viele halt noch zurückgeschreckt haben. Und jetzt sind sie auf Deutsch erhältlich. Also das Spieljahr geht auf alle Fälle schon mal gut los. Genau. Ich bin noch sehr gespannt, was in die Kommentare haut. Da gibt es immer ganz viele Inspirationen. Darauf habe ich richtig Bock. Und, ja, jetzt wird gezockt, oder? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.